Guten Morgen! Bleib an himmlischer Vorder, am Nome Jesu komme ich nach dir, und ich danke dir für diesen neuen Tag, Herr. Ich danke dir für deine Güte, du besten, wunderbarer Gott. Und ich bete dir, ich rede uns an diesem Tag, halb uns den Worten zu verstehen, halb das, wie über das Wort nur denken können, halb das, wie uns selbst im Spiel von das Wort bezeichnen und gerne bewirten und die Sache korrigieren, was namens im Leben vollstand, Herr. Halb das, wie das Wort an uns nicht, lad ich für Bier, im Nome Jesu. Amen. Wir haben den letzten Tag, die in der Zeitste geholt, und von der Gwada, ich rede jester all von, weil, weil trüde ich dort, wie er, wort ihr Fall, die von dem Wort, was Joschafat mit Ahab, was ihr magt hat. Brauchten von dort, wo wir wieder, er war Joschafat, sein Jungen, Joram, und einfach, der Tiendel, wie von seinem Vater, der sich im Anfluss von seinem Schwierfutter. Vers 12 von Kapitel 21, da erhielt er vom Propheten Elia einen Brief in dem Stand. So spricht der Herr, also der König Joram, trägt es im Brief. So spricht der Herr, Gott deiner Vorfahren David, du bist nicht im Vorbild deines Vaters Joschafat und deines Grossvaters Asa, des Königs von Juda gefolgt. Du hast den gleichen Weg eingeschlagen, wie die Könige von Israel, die Bewohner von Jerusalem und ganz Juda hast du zum Götzendienst verführt. So wie die Familie Ahabs ihn treibt. Aber damit nicht genug. Deine Brüder hast du umgebracht, die doch alle viel besser waren als du. Darum werde ich, der Herr, grosses Unheil über dein Volk, deine Söhne, deine Frauen bringen. Deinen ganzen Besitz nehme ich dir weg. So wenn das nicht Falle von der Söhne sind, dann werde ich nicht. Hier sei wie, Saat in Ernte. Saat in Ernte. Und ich glaube, China von uns ist das chinesisch. Wobei in jeder Haft seine Söhne und seine Arnte. Und ich glaube, wir machen darüber nur das. Wenn uns dort wird wie Arnte nicht gefällt, dann soll wir anders planten. Dann soll wir im Sehen planten, um das wie Sehen ernte. Und ich glaube, wir machen uns nicht mehr, wenn wir nur denken über das Wut. Gott rät uns. Deinen ganzen Besitz nehme ich dir weg. Du selbst aber wirst unheilbar krank werden. Du wirst lange leiden und zuletzt werden deine Eingeweide aus dem Leib hervortreten. Als er auf einen schreitlichsten Ort würde er angekommen. Der Herr brachte die Verlöster dazu, zusammen mit den Araberstämmen, die neben die Äthiopäer wohnten, Joram den Krieg zu erklären. Also das hat Gott selbst. Gott scheit die. Gott scheit die Fiend. Wenn ein König Gott gehört, dann sei wie, Gott hält die Fiend ab. Gott mögt dort mit ihren Frieden oder Angst. Hier sei wie, Gott scheit die Fiend. Sie marschierten in Judah ein, drangen bis Jerusalem vor und plünderten den Palast des Königs aus. Auch seine Söhne und Frau nahmen sie mit. Nur Joas, der jüngste Sohn Jorams, konnte entkommen. Dann ließ der Herr den König unheilbar krank werden. Die Krankheit befiel seine Eingeweide, verschlemmerte sich und war noch zwei Jahren so weit fortgeschritten, dass die Eingeweide aus dem Leib des Königs hervortraten. Joram starb unter furchtbaren Schmerzen. Anders als bei seinen Vorgängern zündete das Volk kein Feuer zu seiner Ehre an. Joram war mit 32 Jahren König geworden und hatte acht Jahre in Jerusalem regiert. Als er starb, traurte niemand um ihn. Als er starb, traurte niemand um ihn. Man begrub ihn in dem Stadtteil Jerusalems, der Stadt Davids genannt wurde, jedoch nicht in dem Königsgräben. Keine Ehre. Ohne Ehre bei Gott, ohne Ehre bei Menschen. Allein verlohte und erschrecklichen Schmerzen. Die Falle von der Sünde. Ich will nicht falsch verstehen werden. Nicht jeder Krankheit ist die Falle von der Sünde. Nicht jeder schwere Tüte ist die Falle von der Sünde. Wir gehen allemal ein schwere Tüte und wir waren allemal geprüft. Und in diesem Fall sei wie das, wenn es Gott selbst dort sagt, wer das wird sein und was wird der Fall davon sein, und was er alles schlechter getan hat. So, ich glaube, vielmehr aus theologischen, die ich sage, durch die ganze Zeit, wie wir uns persönlich prüfen, wird mit unseren Sünden anders. Und einfach ans Leben ist, du noch an anderen, die uns so gut geht es. Herr, ich bitte, help uns dorthin. Schenk uns, die Breite, schenk uns, schenk uns, in die Hürsame Tod, schenk uns, maya, life to thee. Herr, help, dass wir in allem das Restje doen. Und die sage, was in unserem Leben volles so gut ist. Ich bitte, dass du uns ganz dringend helpst, die zu betchanen, die zu looten, und frei zu werden. Und die anderen, in Gede so zu haben, Herr, im Numen Jesu. Amen. Ich wünsche dir, scheinbar.